Brief A1 Eine E-Mail an einen Freund oder eine Freundin schreiben. Ihr Freund Martin versteht viel von Handys. Schreiben Sie eine E-Mail an Martin. Ihr Freund Martin versteht viel von Handys. Schreiben Sie eine E-Mail an Martin. Grund des Schreibens Grund des Schreibens Sie wollen ein neues Handy kaufen. Sie wollen ein neues Handy kaufen. Bitten Sie Martin, er soll mit Ihnen einkaufen gehen. Bitten Sie Martin, er soll mit Ihnen einkaufen gehen. Fragen Sie, wann hat Martin Zeit? Fragen Sie, wann hat Martin Zeit? Antwort Anrede Lieber Martin? Lieber Martin? Briefinhalt Wie geht es dir? Ich hoffe, gut. Ich will ein neues Handy kaufen und ich weiß, du verstehst viel von Handys. Kannst du mit mir kaufen gehen? Wann hast du Zeit? Am Wochenende? Ich will ein neues Handy kaufen und ich weiß, du verstehst viel von Computern. Kannst du mit mir kaufen gehen? Wann hast du Zeit? Am Wochenende? Grußformel Liebe, grüße Liebe, grüße Ihr Name Abonniert unseren YouTube-Kanal, aktiviert die Glocke.